Gut, ich bin hier gerade auf dem Weg zum Check-In der Projekte. Ich gebe mal einen kleinen Einblick, wie das so ist, hier einzuchecken. Na? Was machst du ein cooles Video? Ich mache ein Dokumentationsvideo. Na, Chris, was machst du jetzt? Ich habe gerade mit Kai Cybis eingeschickt. Soll ich jetzt erklären, was Cybis ist? Ne, das wissen schon alle, die in den Film gehen. Was? Das wissen alle. Ja, und das war ziemlich witzig, weil der Typ, der unser Projekt angenommen hat, der kannte Reinhardt Höll. Also er war damals anscheinend der Gastvater von Reinhardt Höll. Und seine Schwester hat Reinhardt Höll dazu gebracht, äh, seine Tochter hat Reinhardt Höll damals dazu gebracht, bei TSA mitzumachen. Und dann kam ja Reinhardt Höll nach Leipzig und hat TSA nach Deutschland gebracht. Also wir sind gerade sozusagen dem Opa des Vaters von TSA Ostwald begegnet. Ja. Ja, oder? Das ist wirklich genial, was Christian erlebt hat. Er hat sich noch kurz über Herr Stelzer ein bisschen lustig gemacht. Er meinte so, ja, sprechen denn jetzt alle in weiser Englisch? Und da meinte ich natürlich. Und er so, nee, es war damals nicht so. Damals war irgendein Weiser dabei, der das nicht konnte. Und das war anscheinend Herr Stelzer. Okay, okay. Das ist schön. Das sind gute Ausnahmen. Nö, ich bin jetzt fertig. Ultra-USB. Ultra-USB. Ja, Ultra-USB. Ja, Ultra-USB. Na gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich komme um mich weiter um. Achso, wie ist's? Äh, ich? Ich filme noch ein bisschen. Ich bin fertig. Achso. Und im Mehrwertvideo ist ja schon fertig. Also das wisst ihr ja schon und ja. Sag nochmal die Namen, die Wörter. Also und im Mehrwertvideo, wir müssen 60 Sekunden einen Film drehen. Da müssen zwei Sätze drin sein, nee, ein Satz und zwei Gegenstände da drin. Wir haben zum einen, äh, die Kreditkarte, eine, und ein Telefonbuch, sowie der Satz, der Stoffel, we can't change. Nee, we can't do about it. We can't do about it. Na, wir können es jetzt nicht mehr ändern, sozusagen, heißt das jetzt auf Deutsch. Genau. Du kannst dich nicht mehr ändern, das ist krass per Pen. Drilogie. Ja, unsere. Nee. Quattrologie. Nee, Quattrologie. Oder wie heißt das denn? Ja, keine Ahnung. Ebenfalls. Ziemlich cool. Na gut. Jump Before You Fall, Limited Charge, ähm, Five Faces. Und was kommt jetzt? Mit On-Demand-Video. Ja. Ähm. Wir nennen es, Debs. Ja. Powered by Pesky. Laps on my head, oder sowas, ja. Achso, okay. Okay. Na gut. Und, ja, dafür ist die Kreditkarte da. Dann melde ich mir, weil... Du kannst nicht mehr an diesen Schulden machen, ja, die kannst du nicht mehr ändern, weil... Hello. Wir reden über Schulden, die du nicht mehr begleichen kannst. Ja, das ist doch meine Idee. Und, ja, jetzt hält mir nicht... Ich muss also aufhören. Okay, bis später dann.